Hi da draußen, es ist wieder Strong & Flex von Strong & Flex TV und heute zeige ich euch, zeigen wir euch, zeige ich euch und er labert, zeigen wir euch, wie man seine Griffkraft trainieren kann. Braucht ihr für Lattziehen oder Kurzhanteltraining und ihr merkt, ihr habt nicht genug Kraft in der Hand, fürs Klettern, genial, diese Übung, alles was, ja. Also ich mache ja hier, habe ich dir mal erzählt, hier diese Leg Raises Geschichten und so ein Klimmzüge und so weiter und also ich mache nach dem Laufen so kleines Autoprogramm, habe ich schon mal gesagt, da wird Outdoor, also draußen, da mache ich dann erstmal Klimmzüge im Kammgriff, dann im Rissgriff, dann mache ich Leg Raises und dann mache ich noch, wie nennt man die Cross Leg Raises, wo man die Beine so schräg seitlich hochzieht und da faulen mir echt die Unterarme ab. Und wenn ich die Übung, die wir jetzt gleich zeigen werden, machen würde, würde ich da demnächst keine Probleme mehr haben. Richtig? Würde es besser werden. Die würden mir nur noch ein bisschen abfaulen. Irgendwann faulen dann die Arme ab, die Unterarme, das ist ja normal. Und geklettert habe ich auf jeden Fall besser. Geklettert habe ich auch mal, also dafür ist es mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich. Gut. Ja, alles was ihr dafür braucht, ist ein Handtuch. In unserem Fall eine Tür oder eine Möglichkeit, wo ihr das Handtuch drum hängen könnt, ein Baum und was auch immer. Ja, und ein Waschlappen und dann könnt ihr auch schon perfekt trainieren. So, das ist gleich erklärt. Vielleicht ganz kurz noch, nicht, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden, dass ihr irgendwie die Tür aus den Angeln reißt. Also checkt mal ein bisschen ab, was entwegt und was die... Checkt mal eure Tür, checkt mal die Scharniere. Eine alte Tür hält es immer besser aus als die neue. Und wie gesagt, vielleicht gibt es in eurer Bude auch noch eine coolere Möglichkeit. Die Treppenhäuser sind meistens nicht schlicht. Ja, das Stronger auf jeden Fall ein Verbot gekriegt sich an, diese Tür zu hängen. Was der Grund ist, warum das ist, warum er die Übung macht. Gut. Also ihr habt gesehen, Handtuch geht oben drüber. Da würde ich jetzt auch nicht das schönste von Mutti nehmen, sondern ein älteres. Dann... Das schöne Körperwerk Stuttgart. Trainingshandtuch nehmen wir dafür. Gut. Wir greifen jetzt in dem Fall relativ unten. Ist eigentlich egal, wo ihr greift. Hauptsache ihr wickelt es nicht um die Hand und ihr greift nur zu. So. Und jetzt ist eigentlich ziemlich einfach. Wir hängen uns nur in das Handtuch rein. Hände greifen voll zu. In unserem Fall wollte es im Bizeps einfach ein bisschen mit trainieren, damit er auch was ein bisschen davon hat, wenn er die Clip zu gemacht. Das heißt reinhängen, Kontakt mit der Wand oder der Tür suchen, Beine abheben. Kann man jetzt nicht sehen, aber es wirklich in die Tür geht zu. Kann er jetzt auch ein bisschen die Tür halten. Gut. Und dann hältst du dich da, bis du nicht mehr kannst. Der ist schon ganz schon anstrengend. Ja, man sieht, der Arm zittert ein bisschen. Ist jetzt auch ein bisschen daher geschuldet, dass er natürlich den Bizeps noch trainieren will. Andere Variante wäre, können wir es trotzdem kurz zeigen, ganz nach unten ablassen, den Arm vollstrecken, Beine in der Luft lassen und halten. Und euer Unterarm, der muss jetzt voll zugreifen. Hat keine Wahl. Ist auch perfekt, wenn man das mit dem eigenen Körper trainiert, wenn da nicht irgendwie noch mehr Gewicht reinkommt, als wenn es nicht sein muss. Ja. Und dann lasse ich ihn jetzt einfach hängen und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank. Kannst du mein Handy wieder aufmachen? Das musst du selber machen. Immer an der Tür streichen. Genau. Krass. Ja, ganz schön. Ja, eigentlich ziemlich leicht, recht schnell umgesetzt. Und ja, ihr könnt euch da selber antasten. Ihr könnt euch auch eine Stoppuhr stellen und dann gucken, hey, jeden Tag ein bisschen mehr. Jedes Mal, was ihr es macht, ein bisschen mehr Zeit auf die Uhr bringen. Also meine zarten Poisson-Trainer-Hände. Da hatten wir gerade so ein bisschen hier die Mittelgelenke von den Fingern gerade ein bisschen wehgetan an der Tür. Vielleicht nimmt er da irgendwas, was das Ganze ein bisschen abholstert oder sowas. Würde ich dann das nächste Mal tun. Aber da hast du ja nicht dran gedacht, dass mir das wehtun könnte, ne? Dass mir das wehtun könnte, ne? Ja, nein. Also ein richtiger Männer hat ein bisschen Hornhaut. Aber ist ja auch egal. Wenn ihr eure Hand schützen müsst, ja, dann sucht euch da, oder ein Trainingshandschuh oder was auch immer. Muss ja jetzt nicht das Teuerste vom Teuersten sein. Dann hilft das schon. Ich bin mal hinter dir ein Stück vorgekommen. Ja. Wie gesagt, Übung machen, Gas geben, Unterarme stärken, mehr Klimmzüge schaffen, weil ihr mehr Kraft in den Armen habt, länger klettern, länger irgendwo hängen, generell mehr Kraft in den Unterarm haben. Ist auch toll für alle Leute, die ein bisschen Probleme haben, generell zu greifen oder solche Sachen. Weil da natürlich die Hand richtig gestärkt wird, da die ganze Hand zugreifen muss. Hast du gesehen, er hat die Hände wirklich aufmachen müssen. Vielleicht danach Hände zusammen nehmen, kurz aufmachen, kurz ein bisschen Unterarm aufmachen, aufdehnen und dann ist alles cool. Das geht auch. Der Flex hat ein paar coole Dehnübungen dafür schon. Vielleicht zeige ich mal einen hier, wenn ich gut drauf bin. Ansonsten könnt ihr abonnieren, das Video liken, euch ein paar fette Karma-Punkte verdienen und hier eins unserer letzten Videos anschauen. Genau. Ihr könnt das Video liken, obwohl unsere Füße abgeschnitten sind. Ey, man kann nicht alles richtig machen. Also gebt Gas, wenn du Bock habt, schreib mir in die Kommentare, wie lange ihr aushaltet. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hätte natürlich viel länger ausgehalten. Also wenn ihr länger als die 10 Sekunden schafft, dann schreibt es mir gerade. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.